Sieht eigentlich gesagt, bei mir sieht das Tutti Frutti aus bei dir. Also ich seh da jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, wenn das jetzt funktioniert, ein Kilo Scham habe in meinem Mund, ey. Hakuna Matata, meine Freunde, und seid herzlich willkommen. Schaut euch Kev an. Sieh mich aus, Jungs. Und schaut mich an, was ist nur mit mir passiert? Man, ich seh aus wie Thomas Gottschalk, der sich zu einer Frau hat machen lassen. Was ist hier bitte los, Mann? Leute, die Rache ist real. Marvin hat mir einen Nackenklatscher verpasst. In meinen Nacken. Ein Tattoo. Das muss natürlich hundertfach gerecht werden. Das habe ich gerne gemacht. Ach du Scheiße, ich seh so kacke aus. Lass dich nochmal anschauen. Aber du hast einen Rennanzug an. Ja, leider. Hättest du ausziehen müssen. Ich habe meinen Oberkörper frei gemacht. Weißt du, ich bin ein L.A. Cool J. Ey, guck mal, ich kann jetzt rechts lang cruisen. Du fährst links lang und nicht rechts. Das ist ja wieder ein Teamparcours. Ach so, wir haben hier einen übelst geilen Teamparcours. Ja. Und wie gesagt, Marvin, ich hoffe, wir sind jetzt einfach quid. Nachdem du zufrieden hast. Ich bitte dich, Mann. Junge, du hast es verdient. Es hat gerade erst angefangen. Du hast es einfach verdient. Dann, wenn du nicht dran denkst, mein Freund. Wenn du nicht dran denkst, dann kommt Daddy, Mann. Arnold, du bist zu Fuß? Ich bin jetzt eiskalt zu Fuß, ja. Musst du die Rampe für mich sein, oder was? Ich habe keine Ahnung, Mann. Weil ich bin ein Auto. Hä? Kann ich jetzt zu Fuß hier hoch, oder wie? Sei meine Rampe. Okay, los. Ich bin so hässlich. Fahr mich um. Sei meine Rampe. Okay, die Hässlichkeit hat leider nicht geholfen. Oder hätten dir zwei Autos sein müssen. Weiß ich nicht. Weil so hätte es geklappt, oder? Also ich gehe jetzt erst mal auf jeden Fall weiter. Ich kann ja zu Fuß gehen. Du wolltest die Teamparcours. Ich bin erst mal weg. Du kannst, glaube ich, auch hier lang, oder? Du kannst so seitlich, glaube ich, springen. Versuch das mal. Ach, du musst mich hier durchkicken, glaube ich. Kick mich hier durch. Ja. Ja. Er ist durch. Nice. Leute, ich fliege hier noch. Was passiert hier? Was? Was? Was ist hier gerade passiert, Mann? Ey, ganz ehrlich. Das war so nice. Jetzt kann ich zurückkommen. Ich bin Centorno. Ey, wow. Aber du kannst mit einem Centorno zurückkommen? Ja. Und das ist es. Du musst mich da eiskalt rüberkicken. Und wenn ich jetzt respawne, müsste ich hier unten sein. Jetzt kann ich hier rüber... Und... Das muss aber funktionieren. Also, das geht auch. Das muss funktionieren. Das muss funktionieren. Und... Ja. Es funktioniert. Alles kalt, Mann. Oh, Mann. Ist das geil. Das funktioniert. Genieße die Zeit. Ich hänge auf jeden Fall hart an deinen Eiern, wenn du nicht dran denkst. Oh, das wird so schön. Da wird nichts mehr kommen. Ich kenne dich. Du bist doch ein Waschlappen. Ah, ja, ja. Sei mal gespannt. Oh, was ist dann hier los? Also, du musst auf deiner Seite aber bleiben, ne? Ne, das ist ja nicht deine Seite. Ne, du musst da auch über mich rüberfahren oder nicht? Ich dachte, ich schaff's so. Hä? Ich glaube, sie lassen sie mich rüber. Und? Hatta. Hatta, oder? Hatta. Ich schaue mal auf meiner Seite, was da drauf war. Ich kann hier zurück. Sehr schön. Ich schaue mal, was hier ist. Ja, genau. Ich muss ja auf deiner Seite auf die Welt. Hier steht einfach nur Push Me. Was will er mir damit sagen? Ich glaube, ich soll nicht pushen. Ach so. Höh? Du soll mich durchpushen? Ne, ich stelle dich dahin. Ja, okay. Höh ich da vorne hin und ich schubse dich rein, Junge. Ich drück dich durch. Dann push mich mal richtig schön durch. Los, ramm mich von hinten. Dann knall ich dich durch. Alter, ich sehe einfach so unglaublich hässlich aus. Geh durch. Loh! Ist das geil, das funktionieren alle. Hammer, okay, wieder rechts. So. Hatta ein Zuckerparcours, oder? Ey, der ist wirklich mehr als Zucker. Ey, ich glaube, du musst auch zu mir jetzt rüber, oder? Ne, jeder hat das Fußball. Fahr nochmal rein. Fußbälle. Ach so, Fußball, okay, wer ist erster? Wir müssen jetzt Fußball spielen, jeder für sich. Fußball, Fußball. Daddys erster Mann. Oh, ich freue mich so darauf, dich zu trollen. Muchachos, schreit mal bitte noch Bestrafungsideen. Was kann ich bei Cap alles machen? Ach, Leute, ganz entspannt. Alter, ich werde so deinen Hintern auseinandernehmen. Kann man das Arschloch entfernen bei GTA? Geht das? Irgendwie so eine Operation? Hab ich überhaupt eins. Ich wusste gar nicht, dass man das hinzufügen kann. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Marvin, es ist ja nicht so, als wenn du schon alles gesehen hättest. Oh mein Gott. Ich freue mich schon auf das nächste GTA Race. Einfach. Ich bin selber gespannt. Muchachos dürft ihr unbedingt nicht verpassen. Und nicht genau, nicht spoilern natürlich. Nicht spoilern, verpasst. Marvin's nächste Folge nicht. Und Dekos zusammen. Und Marvin nämlich soll sein blaues Wunder erleben. Ich werde auch eiskalt den Charakter jetzt nicht umändern. Ich behalte ihn jetzt erstmal. Das ist sozusagen ein Sinnbild. Ne, ein Sinnbild für meine Rache wird das sein. Muss ich hier nur ein Ball reintun? Ne, ich glaube mehrere. Bei mir ist nur einer drin und ist schon voll. Echt? Ich hau jetzt gerade den zweiten rein. Was bist du drüben? Ja klar, erster. Digga, ich habe jetzt zwei Bälle drin. Okay, dann cruiser mal rüber. Okay, next one. Leute, auf jeden Fall verpasst auch nicht. Oder wenn ihr noch nicht geschaut habt, heute mal abwechselnde Reihenfolge um 15 Uhr kam nämlich die Folge, wo ich Mabossas Akku zerstöre. Da könnt ihr schon mal voller Vorfreude sehen, was Mabossa... Ja, schaut euch das unbedingt an. Ich werde es mir gleich auch nochmal reinziehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Was ist los? Ich muss Bälle von hinten rüberholen. Echt? Hä, ist reich? Wie viele brauchst du denn? Bei mir reißen keine zwei Bälle aus hier. Nicht? Ich brauche nur zwei Bälle, ne. So, mal sehen, wer der wahre Profi ist, ne? Wer wirklich am schnellsten ist. Wow. Nein. Oh yeah, Daddy kommt jetzt rüber. Oh mein Gott, ich brauche wirklich drei Stück. Ich muss noch rüberholen. Daddy kommt jetzt rüber. Und tschau. Oh, ist das schön. Was, du musstest nur ein Ball reintun? Zwei, Digger. Ich bin einfach zu schnell, man. I'm too fast for ya. So kann ich noch. Too fast, too furios. Ne, das war ich nicht. Nein. Ich komme von der Seite, die ich rüberhe, mit einem Ball von hier hoch. Hier. Ich helfe dir nochmal. Obwohl du mich getrollt hast. Ne, 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 ne. Junge, das Ding ist, du hast ja zuerst getrollt. Du hast gesagt, guck mal, ich habe dir als bester Freund seit wieviel Jahren, Martin? Bam! Bester, wow. Ja, habe ich es mal gekackt. Oh, ich hoffe, du schaffst es nicht mehr. Wo ist er? Bester Freund seit wieviel Jahren? 15 Jahren. 20. Wie, hast du wieder zurück gemacht? Ja. Ne, das ist ja doch. Ja, aber unter Freunden klatscht man sich eben auch mal. Der Wohnungsschlüssel wurde das eiskalt direkt missbraucht. Ja. Hättest du dich verarschen? Ja. Was machst du denn da? So, das war wohl nichts, ne? Ja, wie soll ich denn da rüberkommt, du? Und was machst du jetzt? Ich springe einfach, ist egal. Ich schalte, es ging auch mit zwei. So, dann geht es immer weiter hier. Jetzt ist doch meine Hilfe angewiesen. Dreh dich! Kleine Muschi. Komm her. Okay, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Okay, und einmal drehen, wenn... Jetzt sehen wir, wenn sie Vollgas geben. Links, rechts, geradeaus, hallo. Was? Ich muss nicht rüberkicken. Ah. Du hast nicht fast hochgedrückt. Ja, ich glaube, so geht das dann, oder? Weiß es nicht. Versuchen wir nochmal. Wow! Hä? Lol. Weil ich versuche es einfach mal so, ohne. Fahr mir gleich hinter mir. Ja! Nein! Boah, das geht aber so. Das geht aber so. So, nice. Ciao! So. And next. Oh shit. Wir müssen hintereinander fahren. Ich glaube, dass es ist. Da geht nicht mal so rüber. Vollgas! Ich hoffe, ich so zu bewegen. Ah, schade. Nochmal wieder zusammen. Du musst gleichzeitig fahren. Komm, 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 komm. Okay, okay. Dann gebe ich dir einen Wumpf. Aber wir fahren los. Über 3, 2... Wow! Käf, Mann, sei doch einmal ein Profi, ja? Schönen Sie ran, Mann. Einmal, wir fahren los. Und los, komm. Oh! Bleib doch! Nein! 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 Aber da muss doch auch eine Technik bei geben, oder? Ja, das ist die Technik. Ja, komm noch mal. Mach das mal so rum. Nochmal, so. Nee. Ein bisschen, nicht ganz ran. Ich glaube, das ist es nämlich. Ja, das ist es. Nicht ganz ran. Okay, nice. So, wir sind zu einem Ziel. Ciao, Kev. Ja, du kannst den Parkour gar nicht verändern. Doch, kann ich sogar. Ich fahre jetzt weiter. Nein! Wow! Digga, hier, die Straße ist voll vereist worden. Kommen Sie zurück. Als wäre diese Map von Misha. Misha, Misha. Ja, okay. Aber das ist, wir hatten ja auch mal einen Team-Parcours von irgendeinem... Weiß er nach vorne fahren? Und das ist halt nicht so, bis ich dann auch zurückfahren, ne? Und... Oh! Einmal hat es nicht funktioniert, aber dieser Team-Parcours ist schmuh, wirklich. Ähm... Und was jetzt? Hä? Lass mich dein Rumpel sein. Ja. Okay. Aber man muss ja. Das andere Rampel sein. Ja. Jetzt geht's nicht. Flach, Junge! Äh... Hallo? Ich versuch's mal. Na, hast du den anderen Weg gefunden? Ne, ich hab ganz viel Glück, dass man seit nicht fahren kann. Ja! Wow! Loll! Das hat funktioniert! Man darf wirklich nur nicht ganz zurückfahren, das ist es. Okay, aber jetzt kann ich, glaube ich, alleine ins Ziel fahren. So, dann sehen wir uns im Ziel. Das ist auch gar nicht das Ziel. Das ist sechs Punkte. Hallo! Oh, hier geht's auch noch hart weiter. Dieses Mal möchte ich ihn zurück zuerst. Was schiebt dir sowas schon gut? Aber was soll das? Okay, wir fahren zurück. Und... Aber was für ein geiler Team-Parcours. Alter, das ist wirklich freshestens. Okay, komm, fahr. Und? Bin ich ganz zurück, ne? Muss mir ein Gegenfahren auch. Okay. Dann los. Ich mach voll fliegt. Fahren sie. Oh, ich fahr. 3, 2, 1, jetzt los. Was haben wir gerade anders gemacht? Musst du vielleicht schräg auffahren, so ein bisschen? Ich bin mal nicht so schräg, so. Hast du ein Numpet gedrückt? Irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ist auch nicht. Fahr mal so ein bisschen schräg auf. Okay, und... Auch nicht. Da muss es ja irgendwie eine Technik geben. Jetzt aber, jetzt. Jetzt! Ha... Digger, was ist hier los? Das ist echt... Das war schmuck. Ich muss in die Aufnahme schauen, wie du es geschafft hast. Okay, ich schau mal eben rein. So schaut das aus. Und das müssen wir jetzt nochmal duplizieren. Komm, das kriegen wir hin. Okay. Also minimal schräg, hast du gesehen, ne? Minimal schräg. Muss nur sein. Du bist aber gerade gefahren und geht, go. Alter, shit. Das wäre auch... Nee, zur anderen Seite musst du schräg sein. Zur anderen Seite? Du musst zur anderen Seite schräg sein. Du hast mir jetzt ja deine Breitseite gezeigt. Du musst mir die Innenseite zeigen. Die Innenseite? So oder wie? Ja, genau. Aber viel weniger schräg. Ja. Und weiter vorne, damit du mehr zurückfährst. Okay. Okay, okay. Dann wollen wir mal. Nee. Ha... Ich war zu viel zu sein, ich war sehr mittig, Marvin. Ein paar Mal deutlich weiter nach vorne. Schön bis zur Mitte dann. Das war einfach gerade. Okay, und jetzt? Und dann einfach gerade zurück. Und jetzt war los. So kann ich gerade. Du musst ja gegen die Wand klatschen, damit es funktioniert. Achso, wir wollen das wieder mit der Wand machen. Ja. Achso. Du hast es ja auch mit der Wand gemacht, Marvin. Ja, nein. Nur weil ich gegen die Wand geklatscht bin, bist du rübergekommen. Nee, du wirst nicht gegen die Wand geklatscht. Das wurde, was ich hingeschickt habe, war kurz vor meinem Absprung. Da warst du nicht annähernd bei der Wand. Dann machen wir mal mit gegen die Wand. Das Gefühl, dass es... Ey, das... Oh! Oh! Ich bin zur Hälfte in dir drin. Ja. Warte, kann ich dich irgendwie... Ja! Warte. Fahr zurück jetzt, fahr zurück jetzt. Ja. Hey, was ist das denn bitte? Alter, ich bin so verkalt. Hallo! Warum geht das nicht? Gib einfach Gas. Irgendwie bin ich wieder oben. Warum? Und... Und weg. Und Punkt eingesammelt. Das ist ja so witzig. Ja, komm mal wirklich mit. Okay, was musst du jetzt machen? Hier vorne. Da ist ja hier diese eine Kante. Wenn du hier die ganze Zeit gegenfährst, dann machst du die Motorhaube schön flach. Ich weiß nicht, ob das so geht, aber... Wir werden... Wollen wir den mal jetzt ausprobieren, oder? Ja, fahren wir noch ein bisschen gegen. 6,1 Stunden später. Digga, wenn das was bringt, dann fresse ich aber meinen Kilo Schamhabe, den ich gebunkert habe. Jetzt stelle ich da hin und ich kenne dich auch. Okay. Ja. Siehst du, das ist eine Technik. Also, das hat wieder genauso funktioniert. Okay, jetzt habe ich mein vorderes Ding da ordentlich eingebeult. Sieht eigentlich gesagt, bei mir ist das Tutti Frutti auch bei dir. Also, ich sehe da jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, wenn das jetzt funktioniert, ein Kilo Schamhaare in meinen Mund, ey. Bitte! Sieh, Mann! Ich will hin, was man auch in die Schamhaare frisst. Oh, habe ich noch mal Glück gehabt. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen das weiter. Komm her. Kann ich dich sonst irgendwie da rüberkicken? Geht das? Oh! Nein! Das hat nicht gereicht! No! Das war der One in a Billion! Nein! Es wird nie wieder funktionieren! Das muss so ein Lucky Try gewesen sein. Ohne Witz. Aber normalerweise... Als du auf First Jump direkt rüber bist. Aber normalerweise, wenn man so ein T20... Nee, Centorno-Tipaku macht... Oh! Warte, nochmal. Okay. Warte, warte, warte. Ich muss mal... Dann baut man doch so ein kleines Loch, damit man da besser rein-truiden kann. Ich fahre jetzt nach vorne, ja? Warte, nein. Okay. Jetzt kannst du. Ich fahre leicht nach vorne... Mehr, 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 mehr... Ich fahre nämlich an dir. So wie du fährst. Mehr, 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 mehr. Okay, bei drei, zwei, eins mache ich wieder. Stopp, 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 stopp. Kutsche nämlich gerade. Ich denke, das ist so random. Dann fahren wir zurück. Zwei, eins, go! Nein! Es war so genau! Du gibst Vollgas. Erst 3, 2, 1, Zündung. Das ist so, Chef, vor allem du bist ja rückwärts auch langsamer als ich. Okay. Warum? Warum jetzt? Junge, stell dich an die Scheißwand, das hast du vorne zu suchen, Alter. Das kann nicht sein, stell dich an die beschissene Wand. Das Schlimmste ist einfach nur, Deko, dass Marvin diese Stelle per try geschafft hat, Lucky, die sich herausgestellt hat. Und da das ein Teamparcours ist und wir beide drüber müssen, um weiterzukommen. Ja! Nein. Nein! 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 Alter, wie knapp war das? Junge, wir hatten schon so viele Trys. Das muss ja, das kann nur mit Speed gehen. Ja! Random Trainer, 50 fucking Minuten. Alter. Endlich. Oh mein Gott. Alter, los. Leute, wenn ihr jetzt den Leichwand nicht zerstört, dann kommt der Ziegenmann höchstpersönlich nach Hause und füttert euch mit dem Kilogramm Schamhaaren, die wir... Oh ja. Ey, nach 50 Minuten Deko einfaches Anfahren, es funktioniert. Das ist so random. Lass, falsch rum. Ja, aber dann muss man rückwärts runterfahren. Achso. Okay. Dann fahr du diesmal zuerst, Alter. Ich warte nicht. Alter, 50 Minuten. Alter, 50 Minuten. Leute, wir haben alles Mögliche probiert. Wir haben tausendmal alles gleich gemacht. Alter, ich bin noch so krank, aber der Schrei, der musste gerade sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ho. Nein, ich rutsche. Alter, das ist... Ey, rückwärts fahren ist schon richtig. Ich warte jetzt hier auf dich. Du fährst aber so scheiße. Warte jetzt hier. Wo bist du? Ich bin Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Ich bin Spider-Schwein. Und das wird doch jetzt auch schon wieder nix. Ich dir empfehlen, jetzt schon zu brennen. Expert at work. Dega. Das war's gelig. Das wird aber nicht klappen, Leute. Ich fließe nicht mit. Ich fahr schon an, ne? Ja. Dega, was wird doch nicht klappen, Mann. Geil, Alter. Ich rasiere dich, Mann. Mach's gut, du Trottel. Den musstest du auch einmal bringen, ne? Jetzt ball dich. Ja, ich bin da runtergeflutscht. Lappenball dich. Rieße deine Arschhaare, Mann. Wenn du noch mal verkackst, ein Kilo Schamhaar in dein Gesicht, ey. So. Und Mittelfinger nicht vergessen. Es funktioniert. Jawoll. Ey, die Zerstörung. Ja, so. Ich fahr jetzt ins Ziel. Ciao, mach's gut. Ich glaube, einer muss links fahren, einer rechts, oder? Ich glaube auch, ja. Ey, wirklich. Ist wirklich so, ne? Ich glaube... Ne, das ist ein normaler Punkt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz normaler Punkt. Ich glaube, wir müssen uns da Windschatten geben. Kann das sein? Warte mal, einfach so nochmal. Und speeden. Ja, wir müssen... Ne, ich glaube, man schafft es. Ich habe gar kein Speedcold. Du kannst ja die Rampe hinten nehmen. Okay, ja, komm, easy drauf. Das schafft man locker. Ich fahr schon mal weiter. Wir sehen uns dann. Was haben wir jetzt? Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Wie random war das aber? Einfach so fast wird angefahren. Eine Limousine. Jetzt müssen wir hier eisgabend in der Limousine stehen. Gefällt mir. Okay, Deko. Aber nur einer muss eine Limousine sein, ne? Heißt, ich muss den Punkt aber holen. Ne, ich wollte gerade sagen, du musst ihn holen. Ist das krass. Dann hol dir den Scheiß. Und jetzt muss ich mit dir darüber fahren. Geiler Limouservice. Der fährt einfach nicht zurück. Digga, das dauert ein bisschen länger. Ist nicht so wie mit dem Zentorno. Hast du da gerade durchgepackt eigentlich? Alter, der muss schon richtig früh losfahren. Gib Gas. Ich gebe Gas. Jetzt muss ich schon zurückfahren. Jawohl, man. Easy. Scheiße. Wieso Scheiße? Jetzt musst du das mit dem Zentorno, äh, mit dem T20 machen, ne? Ja, aber der ist doch nicht so hoch wie die Limousine. Ja, doch, ging mal hin. Easy. Ging mal hin? Ja, war mehr. Stell dich einfach nur so am Ende da oder dahin. Ja, so ist doch super. 1A. Oh yeah. Oh yeah. So, ich weiß, es ist ein Ziel. Mach's gut, Kev. Als erstes ein Ziel war ich richtig geil. Wäre die eine Stelle nicht gewesen, wären wir nach 15 Minuten durchgehen. Das war auch eine 15-Minute-Chain. Ich hoffe, irgendwas ist an der Map jetzt verbaut. Fahr rechts, fahr links, meine ich. Fahr links. Uh. War links auch ein, äh, Bremser? Ist bei beiden Seiten eine Rampel. Aber, äh, rechts war ein Bremser. Und ich war ein Ziel. Scheiß auf Marvin. Scheiß auf Marvin. Und, wer? Lol. Was? Was? Lol. Die ganze Susten. Du musst den hoch machen, um durchzukommen. Lass sie explodieren. Ich lasse sie explodieren. Jetzt mal schauen. Jetzt geht's runter. Kann man die zu explodieren bringen? Und... Oh, ne, doch nicht. Okay, hoch. Ich hab mich verkeilt. Ey, das ist auch ein richtig geiler Parcours. So, runter. Müssen ich verarschen? Fahr weg hier. Warte, ich rette dich. Warte. Ne, das ist ein Reifen. Der hat nicht genug Kraft, um durchzudrehen. Warte. Danke für die Hilfe. Danke, Marvin. Du bist ein echt guter Freund. A.K.A. keine Hilfe. So, jetzt muss ich aber... Kann ich driften? Nein, ich kann nicht driften. Das kann er nicht. Oh, jetzt hab ich ein Problem. Du musst auch respawnen. Nein. Ich will nicht respawnen. Ja. So. Ab nach oben. Nicht ran. Nein. Ja. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Ganz nach unten. Kev, lass mich bitte in Ruhe. Dankeschön. So, jetzt gehen wir gemeinsam im Ziel fahren. Schaffst du's? Oh, Junge, wir haben den Team-Parcours gemeint. Ja. Der war so geil. Der war richtig geil. Die eine Stelle. Oh mein Gott. Eine Stunde. Nach 15 Minuten. Wow. Der zerstört den Like-Button, Leute. Ich kann nicht mehr sehen. Der war richtig hart. Also, diese eine Stelle war ziemlich haarig. Aber an sich war der Team-Parcours extrem geil. Wenn ihr euch weiter zeigt, mit dem Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke und dann rein gehauen. Auf Wiedersehen! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! ily taman rasch,챠ble Claudia. Die Glocke und dann war klar.